hey leute und herzlich willkommen zu einem neuen orakel hier auf meinem kanal und ja heute die partie weights gegen die schweiz ja wie gewohnt hier mit vier boostern der euro 2020 kickoff serie und ich denke mal wir starten direkt hier in die erste halbzeit booster zur seite und los geht's hier wäre mein tipp natürlich für die schweiz da sage ich mal ein 2 zu 0 oder ein 1 zu 2 mal gucken hier könnt ihr natürlich wie immer eure kommen eure tipps in die kommentare zu schreiben natürlich so wir haben hier für die ukraine malinowsky denke ich mal für finnland haben wir hier kamara für belgien haben wir hier tielemanns für england haben wir hier pickford für die ukraine haben wir hier steppanenko dann haben wir hier die italiener die haben hier gestern gespielt mit pellegrini dann haben wir hier für dänemark die lady als fans verrat und haben wir hier polen defensiv rock jan bett narek jawohl und jetzt kommen wir zum schluss der ersten halbzeit so es geht gleich weiter mit ungarn soll dann haben wir hier tschechien der tschechische republik kufall dann haben wir hier slowenien bosenik oder bösenik dann haben wir kroatien kovacic dann haben wir portugal ruben neves als nächstes haben wir hier für die deutschen antonio rüdiger und dann haben wir hier noch für die niederlande läben in der lande eine leuchtende karte die erste was ich in dieser serie ab das war es mit der ersten halbzeit 0 0 hier in der halbzeit ich hoffe in der zweiten halbzeit passiert hier mehr ja da würde ich sagen wir starten auch direkt los und auf so also ob mein tipp hier so gut ist wir machen weiter mit schweden und zwar augustin son als nächstes hätten wir hier türkei die haben gestern gespielt ja ja zieht sie oder ja tschüssi oder keiner von de beck hier für die niederländer england torrent alexander ernold wir haben das 1 zu 0 für wales durch daniel james und weiter geht es hier mit nordmazedonien elmas dann haben wir hier nordmazedonien trikot karte und die letzte ist hier italien powertrio ferratti giorgio und barella und wir kommen hier zum ende dieses orakel also bis jetzt führt hier wales da bin ich mal gespannt ob hier die schweiz noch irgendwas zu sagen hat und wir machen weiter mit schottland ryan jack dann haben wir hier für spanien ferran torres wir haben hier rafael guerrero für portugal wir haben hier für tschechien juschek dann haben wir jetzt sopnen für russland wir haben hier für deutschland julian brandt wir haben hier für dänemark kieler und letzte karte ist hier dänemark gold stopper kaspar schmeichel und somit endet dieses orakel das orakel besagt hier 1 zu 0 für wales ja keine ahnung ich würde sagen die schweiz gewinnt aber egal dann würde ich sagen denkt dran eure tipps in die kommentare bis morgen zum nächsten orakel äh morgen äh heute mittag es kommen noch zwei orakels ja und dann würde ich sagen auf Wiedersehen